Die Hände hinter den Kopf, Widerstand ist zwecklos. Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr wollt eigentlich alles richtig machen, macht ein kleines Unternehmen auf und dann kommen die Bullen und machen Razzia in eurem Laden. Ja, dies und mehr wahre Geschichten und wozu das führt, seht ihr am Freitag um 19 Uhr, mein Gast Lukas von Cannamelion. Wir sehen uns. Wir sehen uns.